Ein weiterer Tag gefällt es mir. Tipp Februar 2021. Ich bin hier im Staatswald oben. Das ist oberhalb von Lengnau. Ja, eigentlich im Dreueck. Böbiken baldigen Vogelsang. Und schaut mal an, jetzt hat es vor etwa eine halbe Stunde angefangen Schnee und Christbäume da sind bereit. Voll Schnee. Eine traumhafte Welt tut sich jetzt auf. Ja und es tut immer mehr Schnee und es ist wirklich cool im Moment, hier im Wald rumzulaufen. Ja, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch den Schneegestöpfer raus. Ich wünsche euch noch eine schöne Wanderung. Irgendwann, irgendwo, euer Gallusottiger.